Hey Leute, willkommen zurück zu VarioLance 3. Ich habe wieder eine ganz, ganz tolle Stelle gefunden, die mich beim letzten Mal sogar davon abgehalten hat, ähm, sogar davon abgehalten hat, den Park pünktlich zu beenden, weil ich so genervt war. Oh, dieser Teil leuchtet mir ja eigentlich ein. So, jetzt stich mich. Jetzt einfach da durch. Darf ich das schon? Jetzt muss ich mich da irgendwie durch, 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 durchschieben oder was? Geh weg. Ja, gut, sieht, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh. Oh, das war ja wieder ein Kack. Na, was? Noch so ein schwules Horn, oder ist das? Was ist das? Eine, eine Bohne. Wollte ich das wissen. Das wird mir auch wieder nicht angezeigt, was es ist. Auf jeden Fall ist es wieder Nacht. Und ich gehe den ganzen Scheißweg nochmal zurück, um nachzusehen, was es jetzt zu tun gibt. Hm. Ja, ich weiß, eine Welt ist noch, äh... Da, Osten 1. War ich hier schonmal? Ja. Na dann. Ähm... Was gab es da unten nochmal? Ach so, ja, ja, ja. Aber ich gehe trotzdem da unten lang. Ne, tu ich nicht. Ja, was auch. Oh, hom, hoch da. Dann lass mich mal sehen, wo... Ja. Äp. Äp. Komm schon, Mario? Äp. Ja. Ja. Äh, und jetzt welcher? Ich gehe nach oben. Ja. What the fuck? Nein, nicht... What the fuck? Ich wollte schon sagen. Ich gehe eben mal schwimmen. Oder auch nicht. Was ist hier? Eine Schildkröte. Ähm, ja. Kann ich hier klettern? Kann ich. Will ich aber glaube ich nicht. What the fuck? Was ist das für ein Kackes Gespenst hier? Höh? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Höh? Äh, Leute, erklärt mir das bitte. Das ist die erste Röhre. Ja. Was ist das denn hier? What the fuck? Höh! Was ist das denn bitte? Ich bin eine kranke Scheiße. Hallo, was... Lass mich los! Was zum... Hä? Ich will es vernichten. Ey, was... Ich kann es nicht vernichten. Es schmeißt mich instant einfach raus. Toll. Wie? Hä? Hä? Ey, Entwickler, was wollt ihr mit dem Kack erreichen eigentlich? Ne, echt mal. Und da macht ein Schild, ey, so tötet ihr das Kackvieh. Ich habe eine neue Hassstelle gefunden. Schon wieder. Bams. Und Bams. Und... Ne, ich kann es nicht zerstören. Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Oh mein Gott. Schön. Schnell durch da. Schnell! 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 So ein Kack! Was haben diese verfickten Entwickler eigentlich genommen? Oh, und es geht natürlich weiter. Habe ich jetzt das Vieh abgehängt? Ja, sieht so aus. Nein, da wäre es immer noch gewesen. Tu mir nicht weh, verdammte Kacke. Stirb! 3 komm ich dahin die kann ich verdammt noch mal da nein kann ich zufällig nein kann ich nicht das geht irgendwie nicht wenn ich nach oben feuer ja irgendwie nach unten war der Kuhl gewesen aber geht ja nicht wenn das Schlüssel okay die abkürzung um komm ich da noch bitte die kam ich da doch bitte kacke hier hoch zu kommen ist doch müsste doch eigentlich kein Problem sein offenbar schon ja schöne kacke ja und nun oh hey was ja ich hab keine Ahnung muss ich jetzt wieder da rein oder nicht komm mit dem Scheiß Vieh komm mal hier hin ey es darf nicht wahr sein fickt sich ich hoffe jetzt einfach mal dass ich da nie wieder hin muss dass hier die Truhe irgendwo ist wie es wird mir einfach nichts gesagt was zum Teufel was ist das denn ich versteh den Scheiß nicht ich versteh den Scheiß nicht hä ich kann doch nichts tun ich kenne ich kenne hier hallo hallo habe ich getötet schein zu hallo liebe Schildkröte meine Fresse meine Fresse oh danke oh was ist das alles für eine Rotze also hier sind so viele Ideen in diesem Kackspiel mit eingebracht also es ist einfach unglaublich was ist das jemand oder Trauben oder man erkennt es nicht mal hallo gut reist spezielle Artefakte ja funktioniert doch ja natürlich äh BAP WTF ja hm diese drei Elemente ha holy crap diese drei Dinger haben den Vulkan zum Ausbrechen gebracht ja ist klar WTF Westen 6 Osten 4 Osten 3 hä hä Leute hier ist 1 hier ist 2 hier ist 4 äh Spiel ähm ich glaube ich hab was vergessen irgendwie kann das sein dammte Kacke mal sehen was hier angezeigt wird hä dumm Westen 6 naja dann tun ja das eben oh mein Gott ja was vergessen vielleicht obwohl ich nicht weiß ob man überhaupt was vergessen kann man wird zum Schluss sehen so ein ganz ein neues tolles Level das ganz bestimmt viel viel Spaß macht Feuer ja wieder so ein Block Dingens die kann ich bestimmt auch irgendwann eines Tages zerstören da war klar und nun aha ich will erst dann nach links gehen da ist nichts mehr ja mh ja mh ja komm das geht doch schneller verdammt es geht nicht weiter aber hier geht's meine Herren da da kann ich hier nach unten verstehe was ist das da drüben mh ach so und so quasi Peraupi ja 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 da muss ich was werfen feuerlich los ja feuerlich komm ich wo wo jetzt raus bitte am richtigen Ort sehr schön äh nicht so nicht so schnell verdammt ja 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 ist ja gut das jetzt zerstören dann falle ich hier runter dann hier hin ok ich habe auch die schwarze Trühe bereits gesehen ok 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 ich verstehe es ja Wagenschuss auf Wario Bams mh ja ja und sagt weg und sagt weg und sie ja da ist bloß die Truhe bloß die Truhe verdammte Kacke das ist dann irgendwo das ist dumm das ist sogar sehr dumm vielleicht ganz nach oben kann ich eigentlich der das raupenvieh werfen wo kaum kann ich aufheben ja doch was jetzt muss ich bloß schnell genug noch da hochkommen und es war gut sagt nein jetzt nein es ist ooooh daneben von hier ums geht doch sagt die Zeit so haben noch ein paar Minuten nicht wie das letzte Mal wo ich einfach die Zeit über sehen haben noch mal so ein Teil oh ist das Kacke es ist nicht mal realistisch ich meine so ein ähm sondern auch erstellt sich nicht einfach so von neuem hoffentlich ist sie auch nicht kaputt gegangen es ist noch da und da ist ja wusste ich doch noch mal mitnehmen sagt uns ist kaputt gut aber das ist der rote Schlüssel verdammt jetzt habe ich das umsonst gemacht danke spiel du bist echt total voll lieb au fick dich naja was kann ich dir noch tun na da ach so zünd mich mal an da glaubt das und springen und jetzt bitte umwandeln hat nicht gestorben versuch noch ein letztes Mal und dann muss ich schneiden los brennen einfach hier oben bleiben ja das sieht doch gut aus komm 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 bitte 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 ja bedanken okay da okay was alles geile wenn ich es notenflüste behalten würde aber nie spiel sagt mir nein aber ich weiß wo er ist das ist schon mal ein anfang so hat so noch geht los nach aufta ein auge würde ich sagen ein auge ja ja speichern blablabla und wenn mir das spiel nicht sagt wie noch mal das werden werde ich auch nicht tun nein ich werde noch mal kurz nachsehen was sie jetzt zu tun gibt Osten 4 ja ich will mich noch kurz dahin bewegen ganz schnell ganz schnell ganz schnell sagte schneller wenn ich habe schnell gesagt nicht schneller aber ist mir jetzt egal so Osten 4 wo es noch nicht mal ein 3 gibt so Leute ich werde hier schneiden und wir sehen uns beim nächsten Part der ist da heißt Mario Lens 3 bis dann tschö